Ist das Leben nicht schön? Das Leben ist schön, die Welt ist schön! Das Leben ist schön, die Welt ist schön! Das Leben ist schön, die Welt ist schön! Das ist weit weg! Das ist weit weg! Das Leben ist schön! Na, freut euch doch! Das Leben ist schön, die Welt ist schön! Das Leben ist schön, die Welt ist schön, die Welt ist schön! Übrigens, George Clooney hat geheiratet! Ja! Und Britney Spears hat eine neue Unterwäsche! Das Leben ist schön, die Welt ist schön, die Welt ist schön, die Welt ist schön! Das Leben ist schön, die Welt ist schön! Die Welt ist schön, die sich in das Gewerkschaftshaus flüchteten! Die ukrainische Artillerie beschoss das Stadtzentrum der Metropole Donetsch mit Mehrfachraketensysteme! Wo ein Viertel stark zerstört lag es unübersichtlich sehr viele Verletzte! Wo ein Viertel stark ist! Lugansk am 14.07.2014 griff die Artillerie Wohngebiete an. Zahlreiche Verletzte und Tote zwischen dem 12. und 21. Juli 2014 töteten Raketenangriffe durch die ukrainische Armee auf doch nicht 16 Zivilisten und Italien etliche, etliche Verwundete. Am 27.07.2014 wurde eine junge Mutter bei Angriffen in Golovka erschossen. Und die kleine Tochter in ihren Armen hieß Kira. Sie war gerade mal ein Jahr alt. Einen Tag später hat die ukrainische Armee Altenheim in Lugansk beschossen. Es gab fünf Tote und einige Verletzte. Es gab fünf Tote und einige Verletzte. Bei einem israelischen Luftangriff auf den Marken in Jechaja wurden 15 Menschen getötet und 150 weitere verletzt. Wenige Tage zuvor wurde eine UN-Schule beschossen, bei denen mindestens 20 Menschen starben und weitere 200 verletzt wurden. Acht Menschen in einer Familie wurden getötet und mehr als zehn verletzt bei einem israelischen Luftangriff, der ihr Haus zerstörte. Darunter drei Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren. Die Universität in Gaza wurde zerstört. Etliche Angriffe auch auf Moscheen und Flüchtlingslager mit mindestens weiteren 32 Toten, Verletzten. 1, 2, 3, 5! 1. 32 aktuelle und andauernde bewaffnete Konflikte gibt es derzeit auf diesem Planeten. Elf davon allein in Afrika, Äthiopien, Koko Kinshasa, Mali, Mosambik, Nigeria, Somalia, Darfur, Südkordophan, Südsudan, Uganda und die Zentralafrikanische Republik. Acht in Asien, Assam, Kaschmir, Nexaliten, Myanmar, Pakistan, Philippinen und Thailand. Zehn im vorderen und mittleren Orient, Afghanistan, Ägypten, Nigerien, Irak, Jemen, Libyen, Nordkaukasus, Syrien, Tunesien, Kurdistan bzw. Türkei und eine Lateinamerika in Kolumbien. Mit Gaza und der Situation in der Ukraine befinden wir uns im Jahr 2014, kurz vor einem verdammten beschissenen Dritten Weltkrieg. Wir sind Scheiße! Wir sind Scheiße! So hört es sich an. Hört es euch an! Die geschätzte Zahl der Kriegsopfer im vergangenen 20. Jahrhundert beläuft sich auf 185 Millionen Menschen. Für die Zivilbevölkerung ist die Wahrscheinlichkeit, in einem Krieg getötet zu werden, heute neunmal höher als für die Angehörigen der kämpfenden Armeen. 5% der Opfer des Ersten Weltkrieges waren zivile Opfer. Am Ende des 20. Jahrhunderts war die Zahl der Opfer in der Zivilbevölkerung auf verdammte 90% gestiegen. Und die Armeen der ganzen Welt rühmen ihre Präzisionswaffen, die angeblich chirurgisch genau militärische Ziele angreifen. Es handelt sich aber hier sichtbar um einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Lass das nicht länger zu! 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg sollten wir diesem Treiben ein Ende setzen. Wenn wir es nicht tun, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann sonst? Steht auf, endlich! Steht auf! Und kommt mit uns auf den Weg des Krieges! Und kommt mit uns auf den Weg des Krieges! Körner! Vielen Dank.